Wenn man früher ein YouTube-Video gemacht hat zu einer Frage der Geldtheorie und Geldpolitik, das ist ein ganz trockener Stoff, dann haben Sie, wenn Sie Glück gehabt haben, 50 Menschen vor den Bildschirm gelockt. Dass sich 900.000 Menschen ein Video über Geldtheorie und Geldpolitik anschauen, das ist ein völliges Novum. Und das zeigt mir, dass die Bewusstseinsbildung viel weiter gediehen ist, als die meisten hier glauben. Und ich glaube zum Glück, ich glaube, dass unglaublich viele Menschen da draußen auf Antworten warten und dass sie ganz instinktiv merken, dass die Regierenden mit ihrer sozialistischen Einheitsbrei-Geschichte diese Antworten schon lange nicht mehr geben. Was könnten Sie hier unseren Leuten empfehlen? In welchem Land sie sich vielleicht ein Refugium aufbauen? Wenn hier der Chaos ausbricht und irgendwelche gesellschaftlichen Verwerfungen, dass man sich erstmal seine Familiensicherheit rettet. Und gibt es da irgendwie in Nähe, wo man nicht unbedingt hinfliegen muss, irgendein Land, wo man sagt, ja... Also, da die Europäische Union ja als Ganzes betroffen sein wird von dem Problem, denn das Zombie-Problem ist ja ein Euro-Land-Problem und kein deutsches. Gibt es da in der Nähe, gibt es da nicht so viel. Also die Schweiz natürlich ist zumindest, was die Stabilität des Gemeinwesens angeht, besser als Deutschland. Aber die Schweiz wird auch gewaltige ökonomische Probleme haben, weil sie einfach von diesem Euro-Land umzingelt ist. Was machen so Länder wie Ungarn, die ja jetzt das Glück haben, nicht im Euro zu sein? Ja, die Ungarn, die Tschechen, die Polen, die werden relativ ungeschoren, im Verhältnis ungeschoren daraus kommen. Allerdings, ungeschoren ist ein relativer Begriff. Also sie werden nicht ganz so sehr in den Abgrund gezogen, aber sie werden auch eine Wirtschaftskrise erleiden, weil ihre Nachfragemärkte in Westeuropa ja zusammenbrechen werden. Das heißt also, ihre Exportfähigkeit wird leiden und die werden auch harte Zeiten haben. Aber da sie zum Glück eben nicht im Euro drin sind, werden sie keinen Währungskollaps erleben. Und der Währungskollaps allerdings hat natürlich auch seine Chancen. Und die Frage, ob das zu gesellschaftlichen Unruhen führt, die kann ich schlecht beantworten. Es hängt von auch weiteren Variablen ab, die sehr schwer zu prognostizieren sind. Aber denkbar ist es. Prognosen sind ja, dass in Afrika da immer mehr Leute noch dann hierher kommen. Das Problem der gesellschaftlichen Stabilität ist ja nicht nur ein finanzielles. Und da hat ja unsere Regierung nun wirklich absolut nichts ausgelassen, um dieses Land weiter zu destabilisieren. Also das kann man, glaube ich, so sagen. Sie haben nichts ausgelassen und sie lassen weiterhin nichts aus, um die Stabilität diesem Land zu entziehen. Im Grunde genommen ist das eine Sache, wo man sagen muss, irgendwann sollte auch Inkompetenz strafbar sein. Denn wenn man jetzt sagt, okay, in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung gehen alle Menschen, die irgendwie vernünftig sind, ins Ausland, dann überlassen wir dieses Land dem sozialistischen... Und haben Sie noch irgendwie einen Wohnsitz? Ja, ich habe einen Wohnsitz im Ausland, ja. Aber schon lange. Also schon seit 2004. In Spanien, auf Mallorca. Und ja, das ist auch nicht verkehrt. Hätten Sie den noch nicht? Wenn ich den noch nicht... Ja, vielleicht schon. Möglicherweise schon. Weil so eine Insel ist immer eine vorteilhafte Sache. Allerdings werde ich Ihnen eins sagen, wenn es hier zur Auseinandersetzung kommt, werde ich wahrscheinlich die Zeit nicht auf der Insel verbringen. Ich habe nämlich absolut nicht vor, meinen Kindern ein unfreies Land zu hinterlassen. Ich engagiere mich politisch in Deutschland. Und ich glaube, wenn es zur Auseinandersetzung kommt, dann ist es gut, ein Refugium im Ausland zu haben, weil man nicht weiß, ob man die gewinnt. Aber führen müssen wir die. Diese Auseinandersetzung ist zu führen. Diese politische Auseinandersetzung ist zu führen. Jeder Kampfsportler, in jedem Kampf, steht auf zwei Beinen. Und manchmal ist es so, dass er das vordere Bein entlasten muss, wenn das einem gerade weggetreten wird. Dann macht es Sinn, auf dem hinteren Bein zu stehen. Und wenn es vielleicht vorne wieder weitergeht, dann Schwerpunkt wieder nach vorne. Aber es braucht zwei Beine. Ähnlich ist es ja auch mit der Kapitalanlage. Wie sichert man sein Vermögen? Wie stellt man sicher, dass man ökonomisch nicht vor die Pumpe läuft in dieser Situation? Und das hat auch eine gewisse Komplexität. Und zwar deswegen, weil diese Krise ja dynamisch ist. Also während diese Krise sich entfaltet, muss man mehrfach sein Vermögen umschichten, damit es nicht vernichtet wird. Weil man hat also mehrere Phasen der Enteignung, wenn man so will. In der ersten Phase, wenn die Zombies kippen, dann ist man mit Aktien und Immobilien am schlechtesten aufgehoben, weil die Aktienkurse werden im Crash immer nach unten gehen und die Immobilienpreise werden fallen, weil die Pleiten dazu führen, dass Immobilien über Sicherheitenverwertung auf den Markt kommen. Wenn dann die Inflation einsetzt, ist man mit Aktien, Immobilien und in dem Fall dann auch noch Edelmetallen am besten beraten, weil die werden sich am schnellsten erholen, während Nominalwerte dann enteignet werden. In der Inflation werden also Sparkonten, Anleihen, Lebensversicherungen etc. entwertet, beziehungsweise enteignet. Es ist ja eine Enteignung. Das Geld ist ja nicht weg, es hat dann nur jemand anderes. Und in der letzten Phase, wenn dann neue Währungen eingerichtet werden, dann werden wieder die Immobilien die sein, die leiden werden. Und zwar deswegen, weil der Staat mit seiner fiskalischen Gier natürlich gucken muss, wenn ich ein neues Geldsystem einrichten muss, wenn ich also jetzt, denn der Euro ist weg, ich muss eine neue D-Mark bauen, wie mache ich das? Ich muss die ja irgendwie decken können. Also muss hier irgendwas drin sein. Und wenn dann alles verbrannt ist, außer vielleicht den Goldreserven der Bundesbank, die noch hoffentlich nicht verbrannt werden in dem Versuch des Aufbäumens. Also als Chemiker kann ich sagen, die schaffen einiges, aber sie werden Gold nicht verbrennen können. Ja, das stimmt, das stimmt ja. Also physikalisch nicht, aber sie können natürlich die Goldvorräte verbrassen mit dem Rettungsversuch, den sie dann unternehmen. In Kriegssituationen ist es ja oft so, dass der Goldbesitz dann nicht mehr legal ist und dass Gold dann auch eingesammelt wird. die Möglichkeit besteht, obwohl ich glaube, dass das ein Popanz ist, der im Moment von den Eliten aufgeblasen wird, damit wir kein Gold kaufen. Also es ist nämlich so, dass in den 30er Jahren haben ja Deutschland und die Vereinigten Staaten beide Goldverbote eingeführt und beide waren im Grunde genommen wirkungslos. Die haben nur dazu geführt, dass die Leute ihr Gold versteckt verbuddelt und ins Ausland... Heute gibt es aber bessere Detektionsgeräte. Ja, also fürs Verbuddeln ist es wahrscheinlich nicht so gut, aber fürs ins Ausland bringen immer noch. Ja, also insofern... Aber Gold ist natürlich... Gold ist mobil, aber Immobilien sind natürlich dann das, wo der Staat reingreift, weil sie eben immobil sind, wie der Name schon sagt. Das heißt also, man hat dann Immobilie und dann sagt der Staat, da mache ich jetzt eine Zwangsbeleihung. Ja, mache ich eine Zwangshypothek, da hole ich mir die Assets wieder raus, damit ich eine neue Währung damit finanzieren kann. Die Gefahr besteht. Das heißt, man hat also unterschiedliche Phasen der Wertvernichtung und der Enteignung in diesem ganzen Spiel. Und dann ist natürlich die Frage, wenn es zu einer neuen Währung kommt, wer macht die denn dann? Ist die denn auch digital? Wird die per Chip in die Haut reingespürzt? Das ist natürlich der Wunschtraum der Sozialisten, die total überwachte Bevölkerung zu haben. Das ist auch so, wenn Sie sich anschauen, so die Frau Lagarde, die ja jetzt die Klimapolitik zum Ziel der EZB erklärt hat, also da muss man noch mal drauf kommen, in einem Anfall von Hybris. Das können Sie natürlich nur machen, wenn Sie die totale Kontrolle über alle Geldbewegungen haben. Da müssen Sie das Bargeld für abschaffen, da müssen Sie das digitale Geld einführen. Dann können Sie uns überwachen und wenn wir nur ein paar Gummibärchen kaufen, weiß das der Staat 20 Jahre später immer noch. Von ganz anderen Dingen ganz zu schweigen. Das heißt, man hat uns voll unter Kontrolle dann. Das ist der Wunschtraum des Totalitarismus. Diesen Film, der heißt In Time. Kennen Sie den? Kann sein. Da hat man irgendwie seine restliche Lebenszeit irgendwie. Ja, den kenne ich. Dann wird er irgendwie abgebucht. Ist das so ein Szenario, was die sich vielleicht so in ihren feuchten Träumen vorstellen? Das ist natürlich die, ich sage mal, die Totalitären würden sich das natürlich wünschen, dass sie das könnten. Wobei man ihre Energie der totalen Kontrolle und auch der Genozidalität nicht unterschätzen darf. Man muss nämlich eins sehen, dass es, es gibt einen, es gibt einen Motor des Kontrollwahns, der Planwirtschaft und all der sozialistischen Experimente, die wir immer wieder alle zwei Generationen so sehen, der nicht erst irgendwie 1840 mit dem Kommunistischen Manifest entstanden ist. Wo übrigens mehr oder weniger drinsteht, dass das Ziel ist, die Menschheit zu versklaven. Und zu vernichten. Also im Briefwechsel zwischen Marx und Engels kommt das ja immer wieder raus. Also Menschen müssen zwingbar sein, zu arbeiten, wo immer sie wollen. Den Briefwechsel zwischen Marx und Engels über den Schafarewitsch geschrieben hat, den kann man auch nachlesen, wo die beiden sich drüber unterhalten, dass es eigentlich wünschenswert wäre, wenn überhaupt keine Menschheit da wäre. Die Genozidalität des Sozialismus ist kein Zufall. Ob er nationaler Sozialismus oder internationaler Sozialismus ist, die beiden unterscheiden sich vornehmlich in der Frage, wer beraubt und ermordet werden soll. Und dieser Motor der Genozidalität, der die Mächtigen, vor allem die inkompetenten Mächtigen, immer wieder antreibt und in den Kontrollwahn treibt, weil anders sozusagen können sie ihre eigenen Fehler ja nicht korrigieren, als dass sie aus der Masse noch mehr rauspressen, bis eben nur noch das nackte Leben übrig ist und dann wird auch das noch genommen, der ist es inhärent darin. Das ist eine Menschheitskonstante seit mehreren tausend Jahren. Also es gab es auch schon vor den Sozialismusbewegungen. Vorher waren es die Jakobiner. Es gab es wahrscheinlich schon vor den prähistorischen Atomankriegen. Kleiner Spaß. Weiß ich nicht, aber Schafarewitsch zeigt, dass es bis ins mesopotamische Hochkulturen zurückging und bei den Inkas gab es das auch. Was die wenigsten wissen, die Inkas haben ja alle Menschen uniformiert und in Kasernen gepfercht und die durften keine Werkzeuge und keine Waffen besitzen und Meinungsabweichung war ja bei Todesstrafe verboten. Es war ein vollsozialistisches System, der Inka-Staat und der hat so lange funktioniert, bis sich sozusagen irgendein konkurrierendes System dann in das System eingedrungen ist. Also das ist eine Menschheitskonstante. Die Sklaverei, der Versuch, Menschen zu versklaven, ist eine Menschheitskonstante und die sehen wir jetzt erneut. Der Versuch, diese totale Kontrolle über das Geldsystem und damit über unser Leben zu gewinnen, ist Teil dieser Konstante. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, das Geldsystem ist mehr als nur irgendwie das, was Sie sehen mit 50 Euro Schein und dann gehen Sie hin und bezahlen damit. Das ist nicht das, was das Geldsystem eigentlich ist. Das Geldsystem ist eine Matrix, durch die wir unser ganzes Leben bewegen. Und wenn diese Matrix gesteuert und manipuliert werden kann, dann erlangt man Kontrolle über uns. Unser gesamtes ökonomisches Verhalten wird durch das Geldsystem gesteuert. Wir bewegen uns dadurch. Und zu sagen, das Geldsystem zu verstehen und die Art und Weise, wie die Mächtigen uns jetzt nicht erst seit heute, sondern ganz lange mit diesem Geldsystem ausplündern und ausbeuten. Das ist keine Frage der Verschwörung, das ist eine Frage einer Konstanten, einer Menschheitskonstanten, einer Geschichtskonstanten, die uns begleitet hat, wie Tag und Nacht. Und zu sagen, ich analysiere das Geldsystem in seiner Auswirkung auf unser Leben, ist die rote Pille einzunehmen. Sie müssen sich vorstellen, dass in diesem Geldsystem, das wir haben, dass dieses Geldsystem eine gigantische Umverteilungsmaschine ist. Die größte, die es je gab auf dem Planeten. Ende vom Tag landet das Geldgeab, wie gesagt, bei diesen ganz wenigen, sehr, sehr wohlhabenden Familien. 0,5 Prozent Promille. Alle Berechnungen, die Sie jetzt machen, die Ihre Logik jetzt herleitet, könnten diese wenigen Familien stoppen. Wenn Sie wollten. Das glaube ich wiederum nicht. Selbst wenn Sie es wollten, können Sie es nicht. Also wenn Sie dieses Karussell jetzt stoppen wollen, dann müssen Sie nur vollkommen. kommen Sie hin, machen Sie den Crash sofort. Also Sie kommen aus manchem Ungleichgewicht, kommen Sie eben ohne eine Bereinigungskrise nicht raus. Das ist ein Vehikel, um unsere Finanzwirtschaft endgültig in die Sowjetisierung zu führen, also in eine komplette Kontrolle, staatswirtschaftliche Kontrolle. die völlig versklavende Menschen. Das ist ein Versklavungsprogramm, völlig klar. Der Klimahype ist ja das Neueste. Und der Klimahype muss jetzt für alles herhalten. In Wahrheit handelt es sich hierbei um ein Programm zur Enteignung, nichts sonst. Und das Neueste, was wir jetzt sehen, ist Sustainable Finance. Sustainable Finance klingt erstmal ganz toll. Grüne Investitionen werden gefördert, braune Investitionen werden bestraft, also Kohlekraftwerke werden jetzt abgestraft mit höheren Zinsen und Windrädchen werden belohnt mit niedrigeren Zinsen. Aber worum geht es in Wahrheit? In Wahrheit geht es darum, sich ein Instrumentarium zu schaffen, bei dem man in diese Systeme der Banken und der Finanzmärkte reingreift und jeden einzelnen Kredit, jeden einzelnen Kredit, der vergeben wird, auf die Frage hin steuert, ob er politischen Wünschen entspricht. Das kann das Klima sein, muss aber nicht. Das kann auch was ganz anderes sein. Das kann Gendergerechtigkeit sein oder was sie wollen. Also sie können jedes politische Ding jetzt da reinpacken, ob sie das gut finden oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr, aber sie können es reinpacken und sie können dann die gesamte mikroökonomische Steuerung der gesamten Wirtschaft dadurch beeinflussen und steuern und manipulieren, dass sie auf der Mikroebene jeden Kredit sozusagen beeinflussen hinsichtlich seiner Preisbildung und sagen, also wenn sie jetzt ein Einfamilienhaus bauen wollen, das ist eine ganz braune Geschichte. Also das ist Brown Economy, nicht Green Economy. Warum? Deswegen wollen ja die Grünen jetzt den Bau von Einfamilienhäusern verbieten. Wohl früher habe ich Grün gewählt. Wir waren alle mal jung und wir haben alle unsere Jugendsünden begangen. Die Grünen gehören bei mir nicht zu den Jugendsünden, bei mir ist es eher die CDU. Aber das Problem an der Stelle ist, wenn sie das machen, dann steuern sie die gesamte Wirtschaft mikroökonomisch, dann sind sie wirklich in der Planwirtschaft, dann sind sie auf dem gleichen Level von Mikrosteuerung, wie die Sowjetunion betrieben hat. Also wenn sie jetzt dann ein Einfamilienhaus bauen wollen, das geht gar nicht, weil ein Einfamilienhaus ist nicht energieeffizient, das hat nämlich Wände in alle Richtungen, die offen sind. Das heißt, die Wände von einem Einfamilienhaus, das müssen Sie sich mal vorstellen, die grenzen ans Freie. Da kann Energie entweichen. Das ist nicht, Greta findet das nicht gut. Und deswegen Wohnungen, und zwar am besten Plattenbauten mit Isolierschaum drauf. Und das soll nicht mehr atmen, und sie sollen auch nicht mehr atmen. Einfamilienhaus ist eine Brauninvestition, deswegen muss die weg, deswegen machen wir jetzt Einfamilienhäuser unbezahlbar. Aber die Ostberliner Platte, so wie Ronny sie schon hatte, die ist jetzt eigentlich wieder das Zielbild. In Wahrheit geht es natürlich ums Uniformieren. Sie werden alle in Kasernen gepackt und uniformiert und das ist ja das Zielbild aller Sozialisten. Wussten Sie eigentlich, was der Originalartitel, Entschuldigung, Originaltitel von 1984 war? Nein. The Last Man in Europe. Ah ja. Und das hat man dann geändert in 1984, in 1984 ist es nicht passiert, also hat George Orwell Mist erzählt. The Last Man in Europe. Ja. Und der Verlag fand das irgendwie nicht so gut und haben dann einfach den Titel. Da kann ich ein Lied von singen, Verlag, der hat manchmal ganz eigene Vorstellung davon, wie ein Buch betitelt werden soll. Also da wird schon so ein bisschen dargelegt, was so das große Ziel ist. Also dieses Sozialismus, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ist immer genozidal. Der Sozialismus ist eine menschenfeindliche Geschichte. Und wenn Sie sich mal die Geschichte des Sozialismus anschauen, dann greift der Sozialismus immer die fünf Grundsäulen der Zivilisation an. Es sind immer die gleichen, in unterschiedlichen Konfigurationen, aber was sind die fünf Säulen der Zivilisation? Das ist das Eigentum, die Individualität, Ehe und Familie, Religion und Kunst und Kultur. Auf diesen fünf Säulen steht die Zivilisation. Und deswegen hat der Sozialismus und alle seine anverwandten Ideologien eine Feindschaft dagegen. Warum gegen das Individuum? Weil der Sozialismus überhaupt anti-individualist ist. Die Masse ist das, was zählt. Die Familie ist ganz schlecht, weil sie das Individuum schützt und einen Schutzraum bietet vor der Allmacht und Allgewalt des Staates. Das Eigentum muss weg, weil das Eigentum die einzige Voraussetzung ist, damit sie nicht in die totale Abhängigkeit vom Staat kommen können. Wenn es kein Eigentum gibt, sind sie auf Gedeih und Verderb, auf die Bürokratie und auf den Staat angewiesen. Die Religion, insbesondere die christliche, muss weg, weil die natürlich das Narrativ für die anderen Säulen ist, nämlich für Individuum, Ehe und Familie und so weiter. Und die Klimareligion ist im Grunde genommen, ja... Ähnlich des Ablasshandels der katholischen Kirche im Mittelalter. Ja, den Ablasshandel haben wir jetzt wieder. Das Eis am Polen noch lange blinkt, wenn das Geld im Kasten klingt. Ja, also das haben wir jetzt genau so wieder. Also ich kann ja keinen Flug buchen, ohne dass mich irgendwie das Portal dazu auffordert, ob ich jetzt nicht irgendwie mich klimaneutral machen und dann, keine Ahnung, fünf Euro an Greta spenden möchte oder ansonsten irgendjemanden, der es dann, keine Ahnung, was er damit macht. Also dieser Ablasshandel blüht, aber der ist natürlich antireligiös. Also auch der Ablasshandel des Mittelalters war antireligiös, aber im Prinzip eine Aushüllung des Gedankens der Religion von innen. Und Kunst und Kultur, warum auch Kunst und Kultur werden im Sozialismus, auch im Nationalsozialismus, entweder verboten oder verflacht oder missbraucht. Und warum muss das so sein? Weil natürlich Kunst und Kultur, insbesondere so Dinge wie Musik, also wirklich klassische Musik beispielsweise, oder wenn Sie mal in die Uffizien gehen und sich Bilder anschauen, da, die Kunst ist eine Korrespondenz zwischen Schöpfung und Schöpfer. Sie zeigt uns die Größe der Schöpfung, die für uns bestimmt ist. Und das ist natürlich dem menschenfeindlichen Bild des Sozialismus, dem individuumfeindlichen Bild des Sozialismus, ganz und gar zuwider. Alles, was uns einen Schutzraum der Individualität gewährt, wird abgelehnt vom Sozialismus. Und das, was unsere heutige Geldpolitik ist, ist das, was Roland Bader völlig zu Recht als Geldsozialismus bezeichnet hat. Und dieser Begriff Geldsozialismus, dass man den Sozialismus mit dem Mittel eben einer Geldpolitik einfühlt, die Enteignung damit macht, das Eigentum zerstört, die Marktwirtschaft damit zerstört, das Individuum damit zerstört, all das, das ist im Grunde genommen der Ausdruck dessen. Nachdem man mit anderen Methoden das einzuführen auch gescheitert ist, man hat 1917 mit dem bolschewistischen Sozialismus die Gewaltherrschaft versucht, man hat 1933 mit dem nationalen Sozialismus die Gewaltherrschaft versucht, dann hat man in der DDR auch nochmal die Gewaltherrschaft versucht und jetzt versucht man es auf die weiche Schiene. Am Ende wird sich aber zeigen, dass die weiche Schiene in genau die gleiche Gewaltherrschaft mündet, wie die, die der Sozialismus schon immer gepredigt hat. Und dann schließt sich der Kreis. Das ist leider das Tier, vor dem wir stehen. Und wie kommen wir da raus? Wer sich nicht wehrt, lebt schon verkehrt. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Also das ist eine, das ist ja nicht etwas, was erst jetzt, was seit heute da ist. Das gibt es ja schon lange. Dieser Kampf zwischen Freiheit und Sozialismus wird jetzt seit 4000 Jahren ausgefochten. Das, was ich Ihnen, das, was ich hier dem Auditorium heute Morgen irgendwie dargestellt habe, bin ich darauf eingegangen. In den 80er Jahren hat dieser Besmanov, also ein KGB-Offizier, dargestellt, genau der Plan, der gemacht werden soll und der durchgeführt wurde damals schon. Es sind vier Stufen der psychologischen Kriegsform. Die erste Stufe ist die Demoralisierung der Bevölkerung des Feindes und das sind wir irgendwie alle. Da wird das Wertesystem zerstört, da wird das Glaubensystem zerstört. Die Menschen sind nicht mehr fähig, vernünftige Gedanken zu haben, die ihr eigenes Leben, dieses Leben ihrer Familie schützt. Also wenn das Glaubensystem kaputt ist, das Wertesystem kaputt, dann funktioniert die Familie nicht mehr, dann funktioniert die vernünftige Nahrungswahl nicht mehr, der Mensch wird geschwächt worden und geschwächt werden kann. Die zweite Stufe sagt er, es ist die Destabilisierung, das Wort, was sie auch benutzt haben. Die wichtigen Funktionen eines staatlichen Gebildes werden geschwächt, wie Wirtschaft, Militär, Außenpolitik. In der dritten Stufe gibt es die Krise. Also die erste Stufe, die Demoralisation dauert 20 Jahre. Sie müssen zwei Generationen von Studenten Gehirn waschen, damit die nicht mehr wissen, ob es ein Männland oder Weibland ist. Buchstäblich. Buchstäblich. Dann kommt die Krise, die ganzen Schlüsselwirtschaften des Feindeslandes werden zerstört, wie VW zerstört wird, wie die Automobilindustrie zerstört wird, wie Bayer zerstört wird, etc. und Destabilisation, also Destabilisation werden die Schlüsselwirtschaftlichen Funktionen zerstört. Dann kommt die Krise, das geht relativ kurz und dann kommt die, das ist ein zynischer Begriff, Normalisierung. Dann wird quasi die alle Sie sagt, genau. Das ist ein Prozess, den der Besmanow in den 80er Jahren kundgetan hat, dass das Ding läuft. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass die Bevölkerung so weit demoralisiert ist. Sie hat ein Glaubenssystem, was sie nicht mehr voranbringt, ein Wertesystem, was sie nicht mehr voranbringt. Sie weiß nicht mehr, ob sie Männern oder Weitlein ist. Und in so einer Situation hinzugehen und sagen, ich glaube doch an die Bevölkerung, dass dieses Rad rumreißt, ist relativ... Da muss man unterscheiden. Ich glaube nicht, dass die Massen, die im Sozialismus so beliebten Massen aufstehen und hier eine marktwirtschaftliche Revolution machen. Das wird nicht passieren. Es genügt aber auch, wenn man einen Teil der Bevölkerung so weit mobilisiert, dass er verhindert, dass wir in die Unfreiheit abrutschen. Und das ist durchaus, hat eine Chance auf Erfolg. Und da muss man ja sehen, selbst in dieser großen Krise wird ein Großteil der Massen noch passiv sein. Insbesondere in Deutschland. Also die Franzosen sind ja nicht so ein passives Völkchen, aber die Deutschen sind relativ passiv in so einer Krise. Und dann ist die Frage, da treffen dann zwei unterschiedliche Elitenkonzepte aufeinander. Eine sozialistische Elite in Form von Antifa und was sich da so alles an neuer SA herauskristallisiert hat. Und eine bürgerliche Elite. Und da sage ich, da ist noch Kraft in dem Tier. Das ist noch nicht so tot, wie manche denken. Sonst würden sich nicht bei so vielen Veranstaltungen, die ich besuche, so viele Menschen einfinden. Und ich sage mal, ich habe vor wenigen Wochen auf der World of Value waren tausend Leute da in meinen Vortrag gehalten. Eigentlich ging es um die Banken, aber weil mein Vorredner unsere Elektroautos als Investment angepriesen hat, bzw. habe ich dann mich geoutet als bekennten Diesel-SUV-Fahrer. Und dann hat erst mal der Saal getobt. Und als ich noch gesagt habe, ich hänsel die Gretel, war da wirklich Achterbahn. Und dann merke ich einfach, dass die absolute Mehrheit der Menschen, die versteht die Kommunikation schon, worum es geht. Und ich glaube, die sind mobilisierbar. Die werden mobilisierbar sein. Und was unsere Aufgabe ist, ist sie aufzuklären. Wissen Sie, wie es geht? Aufklärt? Wolken hat ja schon recht. Wissen Sie, dass im Buch Herr der Ringe alles beschrieben ist? Na gut, Herr der Ringe ist ja so eine allegorische Geschichte. Genau. Wissen Sie, wofür? Wahrscheinlich auch für die Tyrannei. Also ich beschäftige mich ja sehr mit diesen Nährstoffen, was sie in uns machen. Und was Ihr Haus macht, ja, gewisser Edelmetallhandel. Und wissen Sie, dass es eine Studie gibt, dass Gold den Intelligenzquotienten der Menschen massiv vorantreibt? Ich habe Gold immer schon für eine gute Sache gehalten. Genau. Und ich darf Ihnen jetzt kurz erklären, wieso Gold auch und andere Edelmetalle immer wertvoll sein werden. Ja. Also es sieht sehr danach aus, dass Gold so eine Art atomares, molekulares Gehirn unsere Gehirnzellen sind. Wie im Großen und Kleinen. Alles holographisch aufgebaut. Und wenn das Gold in der Nahrungskette fehlt, ja, können gewisse intelligente Strukturen in unseren Zellen nicht mehr aufgebaut werden. Aus dem Grunde die Allegorie im Herr der Ringe, du musst den Ring, den Edelmetallring wieder in den Schicksalsberg werfen, ihn damit wieder der Erde bioverfügbar zur Struktur strukturierbar machen, um ihn dann über die Humusschicht, über die Bäume in die Humusschicht in die Nährstoffpflanzen reinbringen. Und damit das Gold, die Edelmetalle wieder in die Gehirne der Menschheit darf. Und damit die Orks letztendlich, wenn sie wieder denken können, aufwachen, dehypnotisiert werden und ihr Schicksal wieder in die Hand nehmen. Also, ich verstehe natürlich zu wenig davon, von dieser ganzen Gehirnchemie-Geschichte. Das ist leider nicht mein Fach, aber wer bin ich, dass ich Ihnen da widerspreche? Na, warte mal. Vielen Dank.